Wir verteilen heute Care-Pakete an Obdachlose. Sei dabei! Entschuldigung, junger Mann, geht's Ihnen gut? Kann ich Sie vielleicht unterstützen mit was zu essen? Also ich hab hier so Pakete mit was zu trinken, zwei Brötchen, Schokolade. Ja, ich hoffe, ich kann... Brauchst du vielleicht Handschuhe? So, hier, ich kann dir meine geben. Die sind jetzt nicht besonders toll, aber ich sag mal wenigstens etwas gegen die Kälte, ne? Ich hoffe, die passen mir. Entschuldigung, sag mal, kann ich dich vielleicht mit so einem Care-Paket unterstützen? Ja, natürlich. Also, hab ich ein bisschen was zu essen drin? Ey, cool, super, ja, natürlich. Kann ich Sie vielleicht mit etwas zu essen unterstützen? Ich hab hier so kleine Care-Pakete mit was zu essen. Was, was zu trinken drin, zwei Brötchen. Hilft Ihnen das? Entschuldigung, kann ich Sie vielleicht mit etwas zu essen unterstützen? Leben Sie auf der Straße? Ja, gerne. Also, es ist nichts Besonderes. Ja, soll ich einfach hier reinpacken? Oder soll ich das hier mit reinmachen? Naja, ich versuche heute einfach eine kleine gute Tat zu tun. Recht schön, danke. Ich kann euch zwar nicht mit Geld unterstützen, aber könnt ihr vielleicht was zu essen mit brauchen? Ja, immer. Ich hab hier so Care-Pakete. Also, so richtig hier mit trinken und zwei Brötchen, die kriegt jeder, also eins. Ja. Ich hab gerade gesehen, dass Sie da geguckt haben, kann ich Sie vielleicht mit ein bisschen Essen unterstützen? Ich mach ab und zu mal so eine Runde, dass ich halt so ein paar Lebensmittel verteile. Also, wo kann ich Sie denn antreffen, wenn ich mal wieder unterwegs bin? In die Meiche sind hier. Ja. Okay. Mal sich Ausschau. Ja. In die Meiche sind hier. Gut. In die Meiche sind. Gut. Dann nehmen wir uns. Ja, nichts zu danken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Mensch. Hallo, junger Mann. Kann ich Ihnen vielleicht mit etwas zu essen helfen? Ich hab hier zu essen. Kann ich Ihnen damit vielleicht helfen? Schauen Sie mal hier, Apfel, Birne und dann hier vielleicht noch ein Wasser. Entschuldigung, junger Mann, geht es Ihnen gut?